Ich habe Shulamotchi gemacht, er machte eine Mappeichung in Klau Yisroh. Er machte eine Aluf-Beis-Gimmel. Er kommt da rein in den Kindergarten, und er hat eine Aluf-Beis-Gimmel gesagt. Die Kinder sind zusammen, alle Kinder scheinen, ich bin doch ein Gehirn. Was ist der nächste Aus? Shulamotchi hat noch gesagt. Aber Shulamotchi will er sagen, nein, ich sage, ihr wisst nicht, was er Alufs mit der Beis ist, mit der Gimmel, er hat umgemacht in Klau Yisroh, von er Aluf-Beis-Gimmel. Ich bin gesetzt in zwei Tagen noch, und ich habe so geschrieben, Aluf-Beis-Gimmel, wo ist Aluf-Beis-Gimmel, wo ist Insel Aluf-Beis-Gimmel und Gehirn gewesen, Shulamotchi-Herzos. Aluf-Beis-Gimmel, jeden beachtes Gedäule. Er war so wie Brüder geworden, Blumenkberg in Gelag gekommen, und war beim Gas Station. Bye-bye Otteswill gegangen, im Borropark getanzen, ein ganzer Plagg, Arms-Butsche-Geschäft, ein größer Ballagang. Wir kommen in Beisire, Greitach-Borropark, ein größer Boss. Wir kommen in den Säufel-Gepusen, gewonnen in Behoole, ein bitterer Getränk, ein Balken geprasket, gefahren in Besmeerdrisch, ein Säufel-Bronfen gegossen, ganzer Bottlich ausgeleidigt, gemacht in Borchi, Bekøylgudl. Ah, bah-aah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah. Beim Ehl-Gebeten, alle gebliebene, arrestanten, in Besaseer erreishaen bekorren. Ah, hinkus alle weiß Gimmeldi geworden. Applaus Vielen Dank.